Ich bin jetzt in Düsseldorf bei einem Kollegen, beim Rolf, mehr verrate ich nicht, aber du kannst sagen, meine Standardfrage ist jetzt immer, wer bist du, was machst du und ganz interessant finde ich immer den Weg dahin. Okay, ich bin Rolf Mayer-Bode, ich bin Komponist und Musikproduzent, vor allem im Bereich Film und Medien inzwischen, Werbung auch. Dahin gekommen bin ich, weil ich als Kind den Computer programmiert habe, damals ein C64 und darüber festgestellt habe, dass man Musik damit machen kann und dann mit 15 meine erste Platte gemacht habe. Und noch kurz nach, so zur Abiturzeit, mein erstes richtiges Single produziert habe, die dann mit einem größeren Label rauskam und die ist in den Charts gelandet. Und dann habe ich halt von 1994 bis, also Mitte bis Ende der 90er Jahre, relativ viel Erfolg mit eigener Musik gehabt, unter meinem Synonym, meinen Initialien, RMB oder damals war alles immer Englisch, da hieß das dann RMB, nicht zu verwechseln mit RNB, was eine Musikrichtung ist. Da habe ich melodischen Techno gemacht, würde ich sagen. Also das war, mein Ding war, die Melodien, die es auch in den 80ern schon gab, zu kombinieren mit der neuen Härte und dem fetten Bass der 90er. Und ja, da war ich relativ erfolgreich. Wie hieß denn die erste Single? Die erste Single war Redemption, die die erste Chart platzierte war Redemption. Der größte Hit war Spring, 1996. Ja, und das ist dann leider nicht ganz so gut ausgegangen rein wirtschaftlich. Obwohl die Musik immer gut gelaufen ist, gab es da aber Verstrickungen in, wie soll man sagen, in mehrere Firmen, nicht Verstrickungen. Also ich habe das mit einem damaligen Partner zusammen gemacht, der den kaufmännischen Managementteil übernommen hat und der wollte halt gerne wachsen. Und wir hatten viele Firmen und die haben alle nicht funktioniert. Und als dann auch das Produkt R&B nicht mehr funktioniert hat, ist uns das um die Ohren geflogen. Und das führte dazu, dass ich dann mit 30 von einem ziemlichen Scherbenhaufen stand. Habe dann aber relativ schnell den Kontakt zur Werbebranche gefunden und Auftragsproduktionen gemacht für die Werbung. Dann ein bisschen Soundbranding für die Leute, die wissen, was das ist. Also das heißt, Musik für Marken entwickelt. Und darüber bin ich dann inzwischen mehr in den filmischen Bereich geraten und mache halt jetzt hauptsächlich Filmmusik, aber auch Tonmischung, Sounddesign, all sowas. Wie ist das denn mit R&B gewesen? Du hast gesagt, Scherbenhaufen. Also Redemption kenne ich natürlich auch. Und das war ja dann doch total erfolgreich. Kann man denn sagen, was dafür gesorgt hat, dass R&B dann irgendwann nicht mehr so gelaufen ist wie am Anfang? Naja gut, also Techno ist ja nun mal eine Modemusik gewesen. Und dass die Mode irgendwann zu Ende ist, wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Dass es einen Scherbenhaufen gab, lag einfach daran, dass, wie gesagt, mein Partner wirtschaftlich wachsen wollte. Und wir hatten dann hinterher eine Booking-Agentur, einen Musikverlag, alles Mögliche noch und eine Diskothek-Beteiligung. Und naja, das hat halt alles keinen Gewinn abgeworfen und Kosten produziert. Und als dann, um den Jahr 2000 rum, auch noch die Musik nicht mehr so richtig lief, es war ja nicht nur das Projekt R&B, was nicht lief, die ganze Tonträgerindustrie ging den Bach runter. Wir waren damals bei einem ganz großen Major-Label und überall sind die Köpfe gerollt. Und das war ja für CD-produzierende Menschen keine schöne Zeit, der Jahrtausendwechsel. Das sind also quasi mehrere Faktoren, die da zusammen kamen, dass es dann nochmal so eine kräftige Senke gab nach dem hohen Peak. Und das ist jetzt eine Weile her. Ja. Was waren denn damals die Tools? Ich meine, da hatten wir jetzt noch nicht tausend Plugins und Modular-Systeme, was wir hinter dir blinken sehen. Naja, die gab es schon, aber die hatte ich für die ersten Singles nicht. Ich habe mir eines der ersten Dopfermodular-Systeme, was ja schon eine Reinkarnation des Modular-Systems ist. Stimmt. Bezahlbare Reinkarnationen, der unbezahlbaren davor, Search oder Moog, Modular-Systeme, die ganz schnell im fünfstelligen Bereich sind, auch damals waren. Aber lassen wir das mal außen vor, weil ganz am Anfang die ersten Sachen habe ich noch erst auf einem Atari ST versucht. Das funktionierte aber nicht, weil der Sampler, der Akai-Sampler, den ich hatte, einfach nicht genug Speicher hatte. Der war schon sehr gut ausgestattet, hat auch 6.800 Mark gekostet, hatte nämlich 18 Megabyte, also die 2 Megabyte Standard. Und ich habe noch 2, 8 Megabyte Riegel da für, ich weiß nicht wie viel, 100 Mark reingepackt. Schon viel für die Dame der Gesang. Ja, für die Dame der Gesang war das gut, aber für den kompletten Gesang reicht es halt nicht. Hast du es genauso gemacht? Ich habe das manchmal auch gemacht. Ich habe den Gesang dann gesampelt. Also Redemption war sogar noch gesampelt. Bestimmt, Redemption war noch gesampelt. Aber dann war natürlich klar, wir müssen auch mal ein bisschen mehr Gesang haben und ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und dann kam ja das Harddisk Recording auf und dann hatte ich, glaube ich, Session 8 hieß das, was jetzt Avid ist, von Pro Tools. Ich glaube, die Firma hieß auch Pro Tools, bevor sie von Avid aufgekauft wurde. Also Session 8 ist im Prinzip so ein kleines Pro Tools System, man konnte 8 Spuren. Moment, dazwischen gab es den Atari Falcon, einen Atari Computer. Den hast du auch gehabt? Ja, der intern einen DSP hatte und deswegen schon 8 Spuren Harddisk Recording verwalten konnte. Das Problem ist nur, der Rechner selbst war so langsam, dass er immer bei Taktwechseln millisekundenweise rechnen musste. Wenn man gucken musste, was kommt da jetzt. Und du hattest halt vom Groove immer das Gefühl, es läuft, es läuft. Und dann kommt halt der nächste Takt, der nächste Bar. Und dann war der Groove halt im... Also es waren nur Millisekunden, aber das merkt man schon. So, und das war natürlich keine dauerhafte Lösung. Und dann gab es halt den ersten Apple Quadra 650, glaube ich, mit diesem Pro Tools System, ja. Also das ist die Software, Atari 1040 SD hatte ich auch. Darauf war es noch Cubase. Ja. Was, das hieß irgendwie, ganz am Anfang Cubase ist, glaube ich, oder irgendwie so. Also so früh war es. Und davor, glaube ich, 24 oder sowas. Ja, genau, genau, das war die, genau, das war die, nee, ich habe auf dem Atari noch auf Cubase gearbeitet und dann mit dem Umstieg auf Apple zu Imagic Logic war es ja damals. Genau. Also das ist die Software, mit der du damals gearbeitet hast und die Hardware? Die Hardware, also die meisten Sounds, oder bleiben wir mal ganz am Anfang, die ersten Synthesizer, die ich zur Verfügung hatte, waren ein, das erste Keyboard war ein Roland D10. Der hat aber eher mäßige Sounds, wenn man an Techno und sowas denkt, da kann man eher so, konnte man eher allein unterhalte Sachen mitmachen. Das war nicht so produktiv, aber dann kam der Roland JD 990, was eigentlich immer noch ein sehr guter Synthesizer ist, also für Leute, die Hardware lieben. Auf jeden Fall mal im Gebrauchtmarkt gucken. Roland JD 990 ist auch jetzt noch eine Investition wert. Der kostet ja nur ein paar hundert Euro inzwischen, weil die Synthese ist sehr gut, der hat eine sehr geile Synthese-Funktion und du hast für damalige Zeiten einen relativ großen Bildschirm, grafikfähigen Bildschirm. War das das Ding mit dieser megagroßen Oberfläche? Nee, das war der JP 8000. Nee, nee, das war das Keyboard. Ja, es gab noch so ein Ding mit so ganz, ganz vielen Schiebreglern, wo ich dachte, boah, wie viele Schiebregler? Da gibt es auch ein Modul von, aber das ist ein JP, der kam später, der kam viel später oder einige später, weil der war nämlich dann schon virtuell analog. Und dieser JD 990 ist im Prinzip auch so der, also so ein bisschen der Cousin von der JV-Serie, die ja, glaube ich, die erfolgreichste war. Das kam nämlich nach dem JD dann auch bei uns, dass ich dann auch den JV 1080 gekauft habe und der JD hat noch stärkere Synthese-Funktionen gehabt, aber der JV war einfach wirklich das Preset-Monster, weil der hatte für damalige Verhältnisse relativ viele Presets und man konnte ganz schnell brauchbare Sounds finden und die dann weiter verfremden. Und der hat, also die beiden waren so die Main-Synthesizer und ja, als dann die Chart-Hits kamen, ist es natürlich explodiert. Dann wurde das Rack vollgepackt und dann, da war ein Kurzfall K2000 und das erste Döpfer-Modular-System von Döpfer in MS404, damit hat das Analoge dann da angefangen. Was hatten wir dann noch da alles? Klavier, der Nord-Rack 1, nee, nicht Nord, Nord-Lead, Nord-Lead 1, der erste, also der hieß nur Nord-Lead, der erste Nord-Lead, unglaublich teuer damals für den, der erste Virtual-Analoge für 5000 Mark oder sowas. Physical-Modelling-Synthesizer, der Yamaha VL1M, der ist für den, für diesen merkwürdigen Anfang von Spring verantwortlich gewesen, auch ein kleiner Luxus, sich für 4000 Mark ein einstimmiges Gerät ins Rack zu schrauben, was Physical-Modelling macht, was heute auf ihrem Handy funktioniert. Ah, das Ding denn, es gab ja zwei von, von, ähm, Yamaha, einer hat Blas-Physical-Modelling gemacht und der andere, glaube ich, Streichfunziplatte, was war jetzt deins? Nö, der konnte, also, das weiß ich jetzt, glaube ich, nicht. Es gab noch ein, also die haben erst mal so ein, so ein, weiß ich nicht, 20.000 Mark Ding rausgebracht und das war das erste Bezahlbare mit 4000 Mark, das weiß ich. Ich denke aber, die Mundsynthese war die gleiche, nur der eine war achtstimmig, der andere war, ah, okay, ein- oder zweistimmig. Also, ähm, ich bin relativ sicher, dass man so lange an den Parametern schrauben konnte, bis der sowohl geblasen, als auch gestrichen, als auch geklopft hat. Also, war halt der, der, der typische Physical-Modelligen, ähm, Algorithmus, den man, wie gesagt, heute in jedem, den es inzwischen, äh, bei Logic umsonsten gibt und, äh. Sculpture, ne, oder so, dann, ja. Ja, also den es, ja, auch in, in, in Modularformen gibt und so weiter und, ähm, das halt als so ein Vier-Höhen-Einhalten, als Riesending. Da hatte ich mir dann, äh, da hatte ich mir dann auf dem Nord-Modular, nein, Nord-Rec, Nord-Modular, habe ich noch Nord-Lead. So, der Nord-Lead hatte, der hatte ja auch schon Potis zum, ähm, MIDI-Controller ein, einprogrammiert und damit dann dieses Physical-Modelling ganz schräg, im wahrsten Sinne des Wortes, moduliert, ähm, auch, äh, was dann für den Anfang von Spring besorgt hat. Das war so ein bisschen, ein bisschen so das Ausgefallenste an Synthese, was da war. Ja, erstes Single, mhm. Ich finde es immer lustig, weil viele Leute sagen, ja, erstes Album, erstes Single. Ab da, glaube ich, ist es vielleicht, ja, leichter, die nächste Single zu machen. Man ist ja schon, schon drin, man hat ja schon den Kontakt zur Plattenfirma. Und wie ist jetzt aber der erste Kontakt zur, zur Plattenfirma gekommen oder wie kam es zu dieser ersten Single? Also, erstes Single, wenn ich mich jetzt auf Redemption bezogen habe, war es ja die erste Chartplatzierung. Also, Musik habe ich ja schon fünf Jahre vorher gemacht, wie gesagt, mit 15 die erste Platte rausgebracht. Die erste wirkliche musikalische Veröffentlichung war bei Thaler2XLC auf seinem Frankfurter Label unter dem Namen Nautilus. Und da hatte ich mich mit ein paar Jungs zusammengeschlossen und, äh, das war ja noch Vinyl. Und die einen haben die eine Seite gemacht und die anderen, oder ich alleine dann die andere Seite. Und das war das Projekt Nautilus, also das war meine erste Veröffentlichung. Und darüber ging es ja dann noch über diverse kleine Label weiter, weil man dann Leute kennengelernt hat und so. Und der erste, der erste Kontakt zu einer großen Plattenfirma, die dann auch einen Major-Vertrieb hatte, das war wirklich über meinen damaligen Kompagnon, der, ähm, der gesagt hat, ja, ich kenne da jemanden in Berlin und, äh, die hätten Interesse an AMB. Also, und das mit, äh, Thaler2XL? Thaler2XLC? Thaler2XLC. Boah, wahnsinnig viele Buch. Transliebhaber sollten ihn kennen, ja. Ja, ähm, ich kannte ihn damals auch, habe auch viel gehört, aber ich merke, dass das schon wieder so lange her ist. Der nennt sich ja nur noch Thaler inzwischen. Okay, das war's einfacher. Ja, das ist einfacher. Ja. Und ja, Thaler. Da bin ich ihm sehr dankbar für. Also, du hast bei dem Album die, die B-Seite oder, oder war das jetzt eine CD, wo du quasi, die zweite... Gibt's von Nautilus eine CD? Also, ich hab damals die... Aber du hast die ganze, okay, also du hast die ganze B-Seite gemacht. Mhm, zwei, ja, auf der A-Seite hab ich dann auch bei diesen Jungs, die dann hinterher das Label Adam & Eve gegründet haben, über die ich dann auch den späteren Kompagnon von R&B kennengelernt hab, ähm, den hab ich auch ein bisschen bei der A-Seite geholfen, aber... Und wie kamst du an den Thaler? Einfach mal angeschrieben, hallo, ich würde gerne die B-Seite machen? Die haben Demos verschickt, ja, ja. Die haben wirklich Kassetten verschickt damals noch, ja. Okay. Aber, also, was schon seit 20 Jahren nicht mehr funktioniert, also, falls das der Hintergrund der Frage nach den ersten Veröffentlichungen und dann so weiter ist, ähm, die Welt hat sich sehr geändert, also, das würde ich niemandem, der jetzt Musik macht und sagt, ich will auch eine Veröffentlichung haben, würde ich sagen, schick Demos durch die Gegend, das kann man machen, aber es ist so viel Musik da draußen, das ist nicht der Weg, das ist einfach, es war schon immer ein People-Business, wenn man schnell groß rauskommen wollte, musstest du Leute kennen und das ist auch jetzt noch der Weg. Du musst die Leute kennenlernen, du musst die Leute kennenlernen, die, die dann an deine Musik glauben, das ist, das ist der Weg auch jetzt noch, also, einfach Menschen kennenlernen, das ist, glaube ich, der, der Faktor, ähm, ja, für, auch, der auch jetzt noch zählt. Werbemusik, das ist jetzt da doch, einerseits ein bisschen was anderes, andererseits, ähm, ja, nicht 100%, die von natürlich sagen kannst, du kannst in der Werbung ja so viele Spaten abdecken musikalisch, wie auch bei der Filmmusik, aber du hast natürlich andere Kunden, also, das ist was anderes, als ob du jetzt eine Plattenfirma hast, ne, das ist ja nicht so, ich hab jetzt ein Album veröffentlicht und natürlich kommt die Werbung auf mich zu. Wie war denn dein Schritt dann dahin? Also da war es einfach so, dass es, dass es in dieser nicht so schönen Zeit, Anfang der Nullerjahre, ähm, dass da Freunde, die schon, die schon Werbemusik gemacht haben, bei einem sogenannten Pitch, das ist ein Wettbewerb, ähm, da hat eine Werbeagentur dann drei, vier, heutzutage schreiben die auch zehn oder zwanzig Komponisten an, aber damals waren es so drei, vier Komponisten, Teams, die sie angeschrieben haben, wir wollen eine Musik, so und so, und dann macht mal, und der beste von euch kriegt noch ein bisschen Geld. Und diese Jungs hatten diesen, diesen Pitch also mitgenommen und dann sollten übers Wochenende bis zum Montagabend irgendwas machen, oder Dienstagabend hatten sie Zeit, ne, bis zum Dienstagmorgen hatten sie Zeit und die haben das Wochenende dran rumgefeilt und dann haben sie am Montag, waren sie sich so ein bisschen unsicher und haben mir Montagnachmittag eine Musik geschickt und haben gesagt, ja, hier, hör mal rein, das ist so ein Jazz-Ding, ähm, wir wissen nicht, ob das so gut ist, äh, wir müssen das, wir müssen das heute Abend abgeben, ne, und dann hab ich reingehört und es war, es war angefragt eine Cover-Version von so einem Jazz-Ding, nämlich von Take Five, also quasi dem berühmtesten Jazz-Song der Welt. Und sie haben die Melodielinie geändert und dann hab ich gesagt, äh, ne, das geht nicht, das kriegt, das funktioniert nicht. Erstens, äh, ist der Song nicht so und zweitens, äh, würden die nie eine Freigabe kriegen, weil, äh, ne, das, äh, Dave Brubeck würde sich sonst was denken, als wenn er schon Werbemusik macht, dass da seine Melodielinie geändert wird und schickt mir mal alles, was ihr habt und ich setz mich die Nacht drüber ran. Dann hab ich halt bis nachts morgens um acht, ähm, eine eigene Version gemacht und die hat den Pitch gewonnen. Ach, cool. So, und dann haben die Jungs mich mit ins Boot geholt, wir haben die Nummer zusammen fertig gemacht, das war dann sogar auch für Pringles, also es war schon, da war auch ein bisschen Geld im Spiel und, ähm, das war dann mein Start. Und dann hab ich gesagt, ja, okay, wenn ich jetzt als alter Techno-Mensch sogar schon Jazz kann, was kann ich da noch alles? Das war halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein positives Gefühl dann. Und dann bin ich halt auch rausgegangen und hab gesagt, ja, egal was, ich mach einfach, schick mal. Und mit der Einstellung kommt man da dann natürlich auch zügig weiter. Wie viel ist das so mit den, mit den Pitches noch heute? Wird dann noch genauso viel gepitcht im Bereich, wo du jetzt bist? Ich hab jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gepitcht, weil, ähm, vor einigen Jahren ist das, sind zwei Probleme aufgekommen, nämlich das erste ist, dass es kein Pitch-Honorar mehr gibt, oft, für die Musiker. Zwischen sogar für ganze Agenturen nicht, also Agenturen selbst werden zum Teil auch gepitcht. Und, äh, im Prinzip ist so ein Wettbewerb eigentlich gar kein Problem, wenn jeder so ein bisschen Taschengeld für seinen Aufwand bekommt. Dann ist das eine vollkommen legitime Sache, weil über Musik kann man lange reden, aber the proof is in the pudding muss man einfach machen und hören. Ja, ähm, das heißt also, wenn da jeder ein kleines Taschengeld für seinen, seinen Aufwand bekommt, dann geht man auch sicher, dass die, dass die Agentur nicht 20 Leute anschreibt, sondern halt drei oder vier, dann ist das auch ein gutes Verhältnis. Ähm, und das ist so ein bisschen gekippt. Erstens, das Pitch-Honorar ist oft gar nicht mehr vorhanden, das heißt, du arbeitest umsonst. Und das zweite ist, dass die Anzahl an Komponisten, die gleichzeitig angefragt werden, extrem hochgegangen ist. Also, ich habe wirklich von Pitches gehört, wo 15 Leute, 20 Leute angeschrieben worden sind, was kostet ja nichts. Sollen die alle mal machen. Und das ist so ein Ding, was ich natürlich nicht unterstützen will, weil, äh, dafür mache ich das zu lange, dass ich da mich dann da so einreihe und das, da habe ich keine Lust. Also, ich glaube, das ist, das ist halt so ein, so ein, so ein modernes Problem, was da entstanden ist. Ähm, ja, ansonsten hätte ich da keine Probleme. Lass uns mal ein bisschen auf die Kacke hauen, so auf die, die, die geilsten Kunden. Die, die du jetzt schon betreuen durftest. Die geilsten Kunden. Ähm, darf meine Freundin nicht hören, die geilsten Kunden. Ja. Nein, ähm, also die, ah, es waren schon, es gab schon, was heißt geil, also von außen betrachtet, wenn Leute mal ein Portfolio sich angucken, dann sind das oft so die namhaften Autohersteller, die dann im Gedächtnis bleiben. So, oh, du hast schon von Maserati Musik gemacht, von Mercedes-Benz und was weiß ich. Und das waren auch, das waren auch geile Projekte. Und das Schöne ist ja, ähm, mit diesen ganzen Automotive-Kunden konnte ich meine eigenen Klangvorstellungen und das, was ich für Geld mache, sehr nah zusammenbringen. Also, davor habe ich ja auch für, äh, Hundefutter und, äh, für Pringles und so weiter Musik gemacht, was halt angefragt wurde. Und, ähm, da macht man halt das, was zum Produkt passt. Aber Autohersteller haben halt auch dann gerne mal knackige, zum Teil elektronische, zum Teil epische Musik. Und das finde ich halt selber geil. Und da sind so ein bisschen diese beiden Welten zusammengekommen. Das ist natürlich schon mal eine sehr gute Sache. Ähm, aber dann finde ich auch immer interessant, wenn ich, wenn ich was ganz Neues entdecken kann. Und da gab es halt so viel in den letzten Jahren, da weiß ich nicht. Also, ähm, ach, da gab es, also, das ist ja, das, das ist ja wirklich das Schöne im Vergleich zur eigenen Musikproduktion, was ich ja jahrelang gemacht habe, wo man die eigene Musik produziert. Ähm, wenn du da einmal Erfolg hast, will die Plattenfirma nur noch genau das von dir haben. Und das ganze Album voll. Von daher, zwölfmal die Hit-Single, bitte. Und das hat mich damals schon ein bisschen gestört. Und das ist natürlich bei der Auftragsproduktion genau umgekehrt. Du machst jede Woche komplett andere Musik. Und das ist das, was mich, was mich wirklich auch begeistert und immer jung hält. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was, was ich am besten an dieser, an dieser Auftragsproduktion finde. Also, unabhängig davon, jetzt da eins rauszupulen. Also, du hast gesagt, das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert in der TV-Branche, dass das mit den Pitches, den unbezahlten Pitches wesentlich krasser geworden ist. Genau, das ist krasser geworden. Und ich habe halt Stammkunden gewinnen können, für die ich regelmäßig Werbefilme mache, Imagefilme, auch im Automobilbereich. Was da dann nämlich schön dazugekommen ist, ich habe bis vor ein paar Jahren immer genau getrennt. Meine eigene Musik unter Rolf Mayer Bode waren ja die Alben, die ich da gemacht habe in den letzten zehn Jahren. Und unter Lautbranding habe ich meine Auftragsproduktionen gemacht, weil ich ja angefangen habe mit so etwas wie Katzenfutter und Hundefutter und Pringles und so. Und da macht man ja dann das, was zum Produkt passt und nicht das, was man selber geil findet. Ja. In den letzten Jahren ist das aber wirklich so konvergiert, so zusammengekommen, dass die Kunden das von mir haben wollen, was ich quasi freiwillig machen würde oder was ich selber geil finde, weil eben viele technische, viele Autoprodukte einen geilen Sound haben wollen. Also egal, ob jetzt langsam, eher so Kopfnickerbeat oder schnell, es darf kraftvoll sein, es darf Melodien haben, es darf synthetisch sein, es darf mit fetten Orchester gearbeitet werden. Also alles, was ich gerne mache, was ich auf meinem Alben immer ein bisschen ausgelebt habe, wollen die Kunden in den letzten Jahren von mir. Und deswegen ist das so ein bisschen zusammengelaufen und für mich natürlich ideal, weil ich jetzt gar nicht mehr unterscheiden muss zwischen dem, was ich für mich selber gemacht habe und was für die Kunden. Immer wenn ich für mich selber ein bisschen Musik mache, ist die Chance ganz gut, dass ich das auch an den Kunden mal verkauft bekomme, bei Zeiten, wenn es auf einen Film passt. Also das hat sich in den letzten Jahren sehr positiv für mich entwickelt. Und wir sehen jetzt auch schon ein bisschen von dem Equipment hier. Du hast ja jetzt nicht nur noch Rechner, sondern noch extrem viel Hardware. Vielleicht kannst du von den Tools, Software als auch Hardware-mäßig erzählen. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Also ganz grob im Überblick, was so deine Haupttools oder dein Mindset ist. Also für die Produktion ein sehr wichtiger Faktor sind natürlich Orchester-Samples im Computer. Das bedeutet, wenn der Kunde große Bilder hat, wenn der Kunde große Wirkung haben will, läuft es oft auf zumindest zum Teil virtuelles Orchester hinaus. Und das passiert natürlich nur im Computer. Da hat man dann auch spezielle Controller wie den hier, mit denen man gleichzeitig mit der Melodieeinspielung das Gefühl zum Beispiel von Streichern oder die Anblasstärke von Bläsern variieren kann. Aber passieren tut das alles im Rechner. Was nutzt du für Orchester-Libraries? Spitfire und wie heißen die Berliner Orchestral Tools, glaube ich. Also von denen die ARC-Serie. Aber das meiste von Spitfire. Großes Orchester, kleines Orchester, mittleres Orchester, einzeln. Also ich glaube, ich habe so gut wie alles von Spitfire oder sehr viel von Spitfire. Und ja, das sind eigentlich die... Für Solo-Strings habe ich die Cine-Samples, die Cine-Strings, Solo-Strings gerne benutzt, weil die von Spitfire sehr alt waren. Die sind jetzt neu rausgekommen. Ich finde sie bis jetzt von den Demos noch nicht besser. Also sie sind letzte Woche rausgekommen. Ich finde sie bis jetzt noch nicht signifikant besser als die Cine-String... Cine-Samples, Cine-Strings heißen sie. Insofern bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die jetzt unbedingt haben muss. Ja, das sind also die Solo-Strings und dann Symphonisches Orchester, Chamber Orchestra von Spitfire. Das sind eigentlich meine Hauptorchester-Libraries. Spitfire haut da, habe ich das Gefühl, alle zwei Wochen eine neue Library raus. Und dann nochmal Streicher und nochmal Blech. Ja, da kauft man leider auch ein bisschen zu viel, weil man kann es ja nicht testen. Also die machen ja sehr gute Tutorials, sehr gute Walkthroughs. Und da wirkt das dann, als müsste man auch unbedingt noch die Bernard-Hermann-Library haben, obwohl man nie in die Richtung komponiert hat. Und ja, habe ich auch alles. Ein Kollege hatte auch gesagt, das war insofern eine Enttäuschung, weil das zwar geil klingt, aber die eigentlichen Patches sehr limitiert sind. Dann hat man irgendwie einen Patch mit einem Tuba und Fagott. Aber die Key-Range ist einfach so gering. Und man kann die ganzen Mock-Ups, die sie da in den Demos haben, zwar nachproduzieren. Aber wenn man was Eigenes machen möchte, stößt man sehr schnell an ungeahnte Grenzen. Also ich würde mal sagen, solche Libraries sind halt für ein, zwei spezielle Sounds in einem größeren Arrangement. Wenn man eh schon alle Libraries hat, dann macht das Sinn. Aber auf keinen Fall würde ich mit so einer Spezial-Library versuchen, alleine einen Sound zu machen, der irgendwie nicht nach Bernard-Hermann klingen soll, weil das wird nicht funktionieren. Aber wenn man mal einmal, was hat der dann noch für Kombinationen Horns und, 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 und... Also das sind halt ungewöhnliche Kombinationen, die sich ja abgeschaut haben von den Scores, die damals gemacht worden sind. Und da kann man mal so einen Sound auch benutzen und der kann einen auch inspirieren. Aber man kann da jetzt nicht sechs, sieben, acht Sounds von in einem Arrangement packen, ohne genau so zu klingen, weil das ist halt sehr speziell. Und naja, also auch die London Symphony Orchestra, glaube ich, heißen die mit den sehr speziellen Spieltechniken oder die Alternative Solo Strings. Auch mit speziellen Spieltechniken habe ich beide, habe ich noch nie in der Produktion eingesetzt. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ob man einfach mal wieder die Kreditkarte zücken muss unbedingt. Naja, sei dahingestellt. Ich habe auch Albion Tundra oder Tundra, nutze ich auch extrem selten. Ich muss das sagen. Ja, das ist interessant. Die ist geil. Also du musst mal darauf achten, der Einstieg von dem Macke Vision Showreel vom letzten Jahr. Vielleicht gucken wir das gleich nochmal rein. Einer meiner aufwendigeren virtuellen Orchesterproduktionen. Das fängt auch unter anderem mit einem Sound von der Tundra, glaube ich, an. Also es sind sehr, sehr stimmungsvolle Dinge, die man mal so einzeln nutzen kann. Also es ist nichts, wo du dir haufenweise dein Arrangement mit voll haust. Aber ein, zwei Charaktersounds dazu macht schon viel aus. Macht vor allem auch in der Kombination deinen Sound eigener. Weil wenn wir jetzt alle nur die Symphonic Strings plus Woodwinds plus Brass von irgendwen benutzen würden, VSL oder sonst was, dann tendiert es halt zu ähnlichen Klang. Und da finde ich es dann schon gut, wenn man so Speziallibraries hat, um einfach mal was ganz anderes noch darunter zu mischen oder dazu zu mischen. Dafür benutze ich die Tundra sehr gerne. Die Albion 3, Aicini, wie sie auch immer ausgesprochen wird, die habe ich auch sehr lange benutzt. Genau aus dem Grunde, weil einfach, du hörst sie zwar fast immer raus, wenn man sie einmal kennt. Die tiefen Brass, die tiefen Celli zum Beispiel. Aber dazu gemischt gibt es halt einfach nochmal einen geileren Fund. Also für die, die es jetzt noch nicht wissen, Tundra hatte eher so sphärische Sounds. Und die haben, ich glaube, Pizzicato oder Staccato, aber die nutze ich nie, weil die auch total schwammig sind. Bei diesen atmosphärischen Sachen, ich habe das Gefühl, die klingen teilweise sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr geil. Aber ich dachte, okay, man hätte es wahrscheinlich auch auf ein Viertel der Artikulation reduzieren können. Und Aicini, ich habe nie gewusst, wie man das ausspricht, oder Elvin 3, das sind ja ganz viele tiefe Sounds. Bei den Holzbläsern, Blechbläsern und Streichern, die nutze ich in der Tat auch selber ab und zu. Ich finde das bei den Bläsern so geil, weil die die normalen tiefen Bläser haben. Und dann nochmal, ich glaube, eine Artikulation, die heißt Nasty. Die ist immer so ein bisschen mehr Dirty. Ja, halt so richtig Trailer-Style. Ja, genau. Bei Tundra finde ich auch noch erwähnenswert, also wie es zu Tundra kam, erklären die ja auch. Das ist die möglichst leise Aufnahme, das möglichst leise Spiel auf allen Orchesterinstrumenten, was sie so rauskitzeln konnten, was man gerade noch aufnehmen konnte. Also die Herangehensweise passt schon für so einen ganz moody Anfang. Deswegen bin ich überhaupt auch darauf gekommen, das nur für den Anfang zu nutzen. Es ist wirklich nur am Anfang eine Fläche, daraus gebaut und dann weg. Ähnliches Produkt wäre ja, also vom Konzept her, Metropolis Arc 2 von Orchester Tools. Weil ich sagen muss, die Sachen sind zwar auch sehr, sehr leise aufgenommen, haben aber einen komplett anderen Charakter jetzt als Tundra, weil die sind nicht so sphärisch. Ich glaube, das ist eine relativ normale Artikulation, aber die hat sehr, sehr ruhig aufgenommen. Ich glaube, das ist mehr sofort auch. Also du kannst sie ganz normal nutzen. Du kannst wirklich leise runtergehen mit der Dynamik, aber du kannst ja bis in den mittleren Bereich auch normal spielen. Das war bei Tundra gar nicht der Ansatz. Da ging es wirklich darum, um rekordminimale Lautstärke, was dann halt auch einen speziellen Klang macht, weil natürlich dann das Timing daneben ist, weil dann natürlich du Rauschen hast, weil du natürlich dann den Strich viel lauter hörst als den Ton. Also ich mag sie gerne. Also es ist einer der Spezialleibes, die ich sehr gerne mag. Ich habe aber auch wirklich die Festplatte voll mit Sachen, die ich nie benutzt habe. Ich musste auch schon aufrüsten und dann auf die Festplatte... Vor allem nicht fest, dann soll es ja alles SSD, beziehungsweise inzwischen SSD-Rate. DAW sehe ich jetzt bei dir. Hast du Logic? Hast du es schon immer oder hast du verschiedene DAWs mal ausprobiert? Naja, ich mache Musik seit Ende der 80er, Anfang der 90er. Da gab es das natürlich noch nicht. Da gab es so ein Butt-Maschinen. Ne, da hatte ich ja kein Budget mit meinem Taschengeld. Ne, ich habe auf dem C64 angefangen. Aber dann relativ schnell auf den Atari umgestiegen. Und da dann mit, lass mich überlegen. War es schon Cubase? Ich glaube, also das hieß doch anders mal. Das hieß doch vor Cubase mal... 24. Qubit, glaube ich. Und dann haben die wegen des Cubic-Würfels oder irgendwas... Also auf jeden Fall die Steinberg-Variante. Auch noch auf einem Atari Falcon. Ein exotisches Gerät, was damals sogar Artist-Recording auf Hardware-Basis konnte. Acht stimmen. Mit dem ich Redemption produziert habe. Damals. 1993? 94? 94. 1993 Abitur, 1994 Redemption. Genau so. Und dann vom Atari auf den Apple Quadra 650 war, glaube ich, der erste. Und das war dann Logic. Ja, noch unter E-Magic natürlich. Und dann immer dabei geblieben. Auch wenn ich mich eine lange Zeit lang sehr geärgert habe über dies und das. Wie viele. Ich mache auch fast alles, außer ein bisschen Audio-Offline-Bearbeitung in Logic. Also das heißt, ich mache Surround-Mischungen. Ich mache, ich lege auch, ich mache das Mastering, also die Summen-Bearbeitung in Logic. Also ich, das ist quasi mein Ding. Außer eben ein bisschen Offline-Processing in iZotope RX Advanced. Da mache ich die Noising und sowas alles. Was offline ist. Bisschen Editing. Aber alles andere in Logic. Ja, so sieht das dann bei mir aus. Als Jeteruf arbeitet es auch gerne ein bisschen mit Farben. Ja, aber das, eigentlich habe ich ein System. Aber wie das oft so ist, ufert das dann manchmal so aus. Und ich glaube, grün ist die Default-Farbe. Weil eigentlich sollten die Drums immer rot sein. Geil habe ich auch immer. Rot-Drums. Alles bassige Blau, dunkelblau. Und dieses Neon-Grün, die einzige wirkliche Farbe, die man super erkennen kann. Weil, wenn man sich die Farben mal anguckt, das ist... Naja, also die richtig krasseste Farbe ist immer die Hauptmelodie. Das Haupt-Element. Wenn es Vocals sind, sind die Vocals Neon-Grün. Und der Rest hat eigentlich auch... Flächen sollten eigentlich gelb sein. Streicher oder Flächen. Aber da war ich dann zu faul, das alles umzumachen. Loops oder Effekte sind lila. Mal gucken. Ja, das könnte sein. Ne, und eigentlich gehen die Drums auch. Je percussionartiger die Drums werden. Also Bass-Drums, naja, dann Claps sind immer rot. Orange sind Sachen, die so dazwischen sind. Und gelb werden, oder dunkelgelb werden dann die Sachen, die eher Loops sind. Oder die eher, also Tambourinen, so leichtere Sachen, die eher in den Hintergrund gemischt werden. Also das wird eigentlich auch nochmal aufgefächert, wenn ich dabei die Zeit habe, das ordentlich zu machen. So wie ich das eigentlich machen möchte. Aber manchmal ist die Deadline so im Nacken, dass man einfach vorankommen will. Keine Zeit für Farben halt. Genau, keine Zeit für Farben. Und auch keine Zeit für vernünftiges Bus-System und Folder-System. Und die Sachen dann ordentlich in Subgruppen schicken und so. Das bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Da ist die Theorie dann schnell außen vor. Ja, ja, das kenne ich. Und wir werden es ja gleich noch ein bisschen mehr umgucken. Aber es ist ja doch ziemlich offensichtlich, dass du auch viel Hardware hast. Und dann wird sich der eine oder andere natürlich fragen, warum eigentlich? Dafür kann man doch auch Plugins nutzen. Ja, also grundsätzlich gibt es einige Dinge, in denen die Qualität meiner Meinung nach im Digitalen immer noch nicht anders analoge rankommt. Dazu kommen wir aber später. Das, was man als allererstes vermisst, wenn man alles mit einer Maus, sei es auch eine sehr merkwürdig ergonomische Maus, so eine Hoch-gegen-die-Ellenbogen-Schmerzen, eine Maus und Parameter, die man klickt, also ich nehme jetzt einfach mal so ein EQ hier und mache den auf und ziehe mir das mal hier so her. Ja, wenn ich da jetzt irgendwas mit der Maus einstellen will, ist das eine Sache. Natürlich haben wir uns alle daran gewöhnt, das auch so machen zu können. Aber viel intuitiver ist es, Knöpfe zu haben, Drehknöpfe, die auch immer die gleiche Einsteller, also den gleichen Parameterrahmen haben. Also da ist 0 und da ist plus 12 oder wie auch immer oder minus 12 bis plus 12 und in der Mitte ist 0. Weil man dann einfach eine Mindmap hat und intuitiv arbeiten kann und nicht nachdenken muss und überlegen muss, ja, welches Plug-in nehmen wir da? Jetzt bei EQ. Welchen EQ nehme ich denn? Also wenn ich jetzt nur mal gucke, meine EQs sind sortiert in Clean, Fat und Special. Also Fat sind die färbenden, Clean sind die cleanen und da sind jeweils immer ein bis zwei Dutzend. Ich muss alleine schon meinen Hirn anstrengen, wenn ich nur ein EQ draufpacken will. Deswegen nutze und liebe ich die Console One von Softube, die auch digital funktioniert, die eigentlich auch ein Plug-in ist. Lass mich mal schauen, wo wir hier gerade eins haben. Hier ist ja ein bisschen was am Start. Da ist die zum Beispiel eingebunden. Das sieht dann als Plug-in so aus. Aber viel spannender ist, wenn ich hier drauf drücke, zack, komme ich in den Fullscreen-Modus und kann sofort mit diesen Knöpfen arbeiten, als wäre es ein Analog-EQ. Das heißt also, ich habe halt mein Gain sofort, sehe ich da. Also ich habe da auch visuelles Feedback und muss nichts einstellen, muss nicht mit der Maus rumziehen und stelle irgendwelche geraden Werte ein. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass man bei dB-Werten oder Frequenzwerten immer gerne guckt, dass man gerade Werte einstellt, was Schwachsinn ist. Man soll nur nach den Ohren arbeiten und Frequenz dann halt hier, Q-Factor hier. Also das heißt, man kann hier sehr schnell mit arbeiten, natürlich auch mit beiden Händen, so wie am analogen EQ und kann hören, was man macht, kann das auch wieder ausblenden, muss man nicht benutzen, dreht einfach rum. Und das finde ich einen sehr großen Schritt vom Analogen zum Digitalen hin, ohne das Positive des Analogen, des Hands-on zu verlieren. Also der Klang ist auch super, also da gibt es ja auch diverse Modelle, die man nachkaufen kann. Integriert ist ja eine virtuelle SSL, also eher zum Rausdrehen, sage ich mal ketzerisch. Aber die Neve-Emulation, darf ich ja nicht sagen, es ist ja dann British A-Class. Also irgendein Name dann statt weißen SSL. Genau, British A-Class heißt es, glaube ich. Ich kann auch nachgucken, weil man kann ja einstellen, welchen Q man nimmt. Und das ist British Class A Equalizer, heißt es bei denen, weil sie die Rechte nur von SSL eingekauft haben. Ah, okay. Hier sind übrigens auch die ganzen EQs von der, oder fast alle EQs von der UAD eingebunden. Also ein wunderbares Spielzeug. Wenn das jemand interessiert und der noch ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch hat und die sind jetzt inzwischen günstiger geworden, 490 oder sowas übrig hat für eine Software-Hardware-Lösung, sollte er definitiv ausprobieren, ob er damit klarkommt, weil für mich war es wirklich ein Quantensprung von EQs so einstellen zu hier drehen und in der Musik drin sein und nicht die Maus suchen und irgendwo hier. Also Sachen rausdrehen, wenn irgendwo Fehler sind, klar. Aber gerade das Frequency-Juggling, wie man sagt, das Anpassen, sollen jetzt die Höhen eher von dem Instrument kommen oder eher von dem. Das geht halt mit so Knöpfen viel besser. Und ich habe ja auch noch gelernt an einem großen Mischpold, Analog-Mischpold. Das kann man fast so damit machen. Also das ist nicht ganz so, aber es ist auf jeden Fall viel besser als der Maus. So, Punkt. Jetzt hast du auch gerade so nebenbei erwähnt, dass du die EQs, vielleicht noch ein paar andere Effekte, in Kategorien sortiert hast in Logic. Genau. Also wenn ich jetzt einen normalen Audio-Plug-In aufmache, dann ist das ja alles sortiert. Also ich kann natürlich auch über Audio-Units zu den Herstellern gehen, was für mich aber nicht wirklich viel Sinn macht, weil Hersteller ja unter anderem wie Fabfilter diverse Sachen machen. Und deswegen habe ich die unterteilt. Also wir können ja sehen, wir haben... External Input-Output, wenn ich Sachen einbinde, dann Channel Strips, die also mindestens EQ und Kompressor kombinieren. Oft auch noch mehr. Da haben wir auch die UAD. Geschichten. Ich habe sogar noch einen Waves-Renaissance-Channel, den ich aber nicht so viel benutze. Clean EQs, also digital arbeitende EQs, Linear Face und sowas, die mit ordentlich Klang. Da mag ich zum Beispiel auch sehr gerne den PSP E27. Nicht nur, weil ich das Original auch habe, mehrfach. Also hier den 500er EQ von Avedis. Den ich da und da im Rack auch habe. Kann ich da mit einbinden. Der ist sehr geil. Sondern halt auch die ganzen UAD-Geschichten. Diverser Kram. Dann spezielle EQs wie zum Beispiel Mehrband-EQs oder so spezielle Sachen wie den Dynamic Spectrum Mapper. Ein toller Problemlöser. Ich mache den mal eben auf. Das ist auch ein kleiner Geheimtipp für, also relativ kompliziert, aber man kann ihn auch ganz einfach benutzen, indem man einfach von oben runterdreht das Threshold wie beim Kompressor, bis es gut klingt. Und dann macht man ihn zu und lässt alles andere sein. Und der verdichtet nämlich, das ist im Prinzip ein Multiband-Kompressor mit sehr vielen Bändern, der schon sehr gute Automatismen hat. Da können wir uns vielleicht nachher auch nochmal... Können wir gleich nochmal was anhalten. Repair-Plug-Ins, also die Isotope RX-Suit ist da drin, vom Fab-Filter. Auch der Spectrum Mapper als Repair-Plug-In und Power-Air, ein neuer Kompressor, den ich ganz gerne Max Huth anwiel. Also Sachen, alles Spezielle für Vocals. Die Sachen sind auch mehrfach zum Teil drin. Also es gibt ja EQs, die ich gerne auf Vocals benutze, die aber trotzdem natürlich in den EQ-Foldern sind. Die Kompressoren dementsprechend in Clean und Fat und Special auch aufgeteilt. Dann Limiter. Saturation, sehr wichtig, ist auch glaube ich die Größte. Weil man da immer meint, man kann noch. Weil wenn man einmal das Gefühl für analoge Sättigung hat und da so Sachen durch einen Gitarren-Amp jagt oder durch Röhren-Equalizer oder so, das fehlt einem digital schon echt ein bisschen. Aber da ist keine Zeit für, es muss schnell, schnell gehen. Deswegen der Folder voll mit allem, was Sättigung macht. Amp-Speaker, Paddles, Exciter & Enhancer, Filter. Und dann kommen die Send-Effekte. Also Effects, Reverb, da ist eigentlich auch fast alles am Start, was man irgendwie heutzutage sinnvoll sich zulegen kann. Von der Lexington Suite über Altiverb, über speziellere Lösungen, die ganzen UAD-Effekte, die ich sehr gerne mag. VSS 3 aus dem TC. Die Valhalla ist alle, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. 50. 50 Dollar. Ja, mega. Hammergeil. Also wer auf kleinem Fuße leben muss, budgetmäßig, Valhalla, Room, fertig. Vielleicht noch den Vintage-Verb, dann ist man mit 100 Dollar komplett ausgestattet und kann 80% aller Reverb-Sachen machen. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Room und Vintage? Vintage-Verb ist im Prinzip der Wölkchen-Heil vom Lexikon. Also alles, was man auf ein Hauptinstrument legen mag, um Effekt zu haben. Also was ganz viel in den 90ern, Nullerjahren gemacht wurde auf Vocals, aber auch auf Klavieren, wenn es nicht realistisch klingen muss, sondern einfach schön viel drumherum sein kann. Also das, so würde ich sagen. Und der Room geht halt eher ins Realistische, um Sachen eben zu trennen, an ein bisschen tiefen Staffelungen hinzubekommen, zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass der Room manchmal noch ein bisschen mehr, also wir haben beim Vintage-Verb, haben wir ja auch noch die, wir können ja mal kurz aufmachen, da haben wir ja, das finde ich sehr, sehr geil hier, die Color, wo wir 1970, 1980 und Now haben. Ihr habt das Gefühl, der Unterschied ist einfach, dass wir bei Now extrem viele Höhen haben und wenn wir auf 1980 gehen, weniger, 1970 dann noch ein bisschen dumpfer. Klar, man könnte auch hier mit dem Dämpfing noch irgendwie zusätzlich arbeiten, aber manchmal. Also es ist vor allem lustig. Also es ist vor allem lustig, aber hier steht ja zum Beispiel, dass es downsampled ist. Also im Prinzip, späte 70er Jahre kamen, glaube ich, die ersten Lexikons auf und das ist halt runtergesampled, wie es damals war und mit ein bisschen Neues und so weiter. Also was ich aber auf jeden Fall auch wichtig finde bei den Dingern ist, dass du so wahnsinnig viele Möglichkeiten hier noch hast. Also mir fast schon zu viel. Weshalb ich die neueren Plugins natürlich auch gerne benutze, wie zum Beispiel den FabFilter Reverb oder R4 von Exponential Audio. Weil das Ding nämlich einen tollen Browser hat, bei dem man wirklich viele Geschichten, also du musst nicht den Algorithmus aussuchen, sondern du kannst halt schön über diesen Browser gehen und kannst dir da relativ schnell was aussuchen. Weil das Ding ist, wenn man so ein Ding, wenn man kurz davor steht, so ein Ding zu kaufen, dann nimmt man sich ganz viel Zeit und stellt alles an und guckt, aber in der eigentlichen Produktion, wenn du irgendwo noch einen Hall brauchst, der nicht in deinen Sense liegt. Nehmen wir mal an, irgendein Instrument soll noch weiter nach hinten, da soll jetzt einen Hall drauf. Dann fängst du nicht an, sechs Algorithmen zu vergleichen, sondern du willst halt einfach irgendwas, wo du weißt, okay, der macht Room, der schiebt es nach hinten drauf und fertig. Ich nehme auch die, die ich kenne, für ein paar Presets, ein bisschen rumschrauben, das war es dann. Also für diese Arbeitsweise ist der FabFilter natürlich ganz geil, weil du da gar keine Algorithmen aussuchen kannst, sondern alles nur mit diesen Reglern machst. Und der EQ-Kurve, also beziehungsweise das ist ja auch ein Timing, also das ist ja quasi auch der Nachhaltzeit, nicht nur EQ, sondern auch wie sehr der in welchem Bereich der Frequenzen nachhalt. Der hat keine Presets? Doch, der hat auch Presets, klar hat der Presets. Aber es ist halt eigentlich relativ Quatsch, weil du kannst halt hiermit, drehst du halt ganz viel auf einmal und du kannst dann im Prinzip die Decay Rate noch unterschiedlich davon einstellen. Also das heißt, das was normalerweise, ich sag mal, vier bis sechs Algorithmen von Lexikon oder sonst was machen, macht der mit einem Drehregler. Und das ist halt schon, wenn es schnell gehen muss, total geil, weil du einfach drehst und drehst und drehst. Oder zum Beispiel, ich habe hier dieses kleine Ding. Oh, er ist nicht angeschlossen. Warum ist er nicht angeschlossen? Weil das Ding ist nämlich im Prinzip der Ersatz für das Mausrad oder beziehungsweise das Ding und ich kann quasi mit dem Ding das Ding da drehen. Der große Vorteil ist, du kannst die Augen zumachen und musst nicht versuchen, mit der Maus unbedingt gerade Zahlen einzustellen wie eine Sekunde. Sondern du drehst einfach an dem Ding und hörst und dann kannst du halt einfach auch zum Teil verrückte Einstellungen, wo du sagst, nee, ich packe da jetzt keine sechs Sekunden Nachhaltzeit drauf. Du drehst und drehst und denkst, ja, das klingt geil, hörst auf und siehst halt, was du gut fandst vom Hören und musst nicht so vom Kopf her arbeiten. Ich war jetzt auch auf dem Kunden, der sagt, Moment mal, aber da haben sie auch nicht 1,2 Sekunden eingestellt, sondern eine Sekunde oder umgekehrt. Das ist halt einfach Quatsch, so zu arbeiten. Wir waren hier noch nicht ganz durch. Natürlich Delays, auch sehr, sehr interessant klingende von der UAD auch dabei oder von, wie heißen die hier? Soundtoys. Auch das Paket, genau, Soundtoys. Da habe ich natürlich auch das ganze Paket. Feier ich auch ab. Viel zu viel. Modulationseffekte, ja. Da eigentlich mit meinen Lieblingen, weil es ihn schon so lange gibt. Inzwischen gibt es von ganz vielen Herstellern wirklich sehr gute Chorus-Effekte. Was es aber vor zehn Jahren nicht gab, da klang die nur so, naja, außer dem UAD Roland der Menschen. Der klang halt schon vor 15 Jahren oder wann auch immer der rauskam, sehr geil. Ich habe auch gehört, dass der Typ, der viele Platten von dem Fanta 4 mischt oder auch Mark Forst hat, dass der das Ding auch hat. Also ist jetzt nicht der einzige. Aber ich finde das Ding auch sehr cool. Nur festgestellt, man muss aufpassen. Es gibt Leute, die nutzen das Ding als Send, was nicht unbedingt verkehrt ist. Aber wenn man das Signal reinschickt, hört man den Chorus und das Original-Signal. Also als Send sollte man eigentlich nicht nutzen. Habe ich aber lustigerweise auch nie gemacht. Nö, ist für mich auch so ein typisches. Also wenn, dann würde ich ihn in der Kette benutzen, was ich schon ganz gerne mache, Bus 5. Ich gucke mal, ob das in dem Fall ja auch der Fall ist. Ist normalerweise, ups, ist normalerweise mein Chorus-Kanal. Leider hat Logic sich ja dazu entschlossen, irgendwann alles so zu machen, dass es alles, wie sagt man, interaktiv ist. Und sich halt auch, also alles, was man sich aufbaut als Mixer, wenn du irgendwo anfängst, was zu löschen, dann verschiebt der dir auch wieder deine Einstellung. Das war früher nicht so. Da hat man einmal seine 16 Busse programmiert, so wie am Mischpult. Und dann blieb das so, auch mit der Softube hier. Da hatte ich dann immer hier meine 16 Geschichten. Also erst die Audio-Kanäle, dann die Instruments und so weiter. Und das funktioniert dann alles nicht mehr, weil alles in Echtzeit analog zum Arrangement ist. Das heißt, wenn du im Arrangement was verschiebst, verschiebst du auch was im Mixer. Und naja, ich versuche mich inzwischen daran umzugewöhnen. Aber warum springt der jetzt nicht dahin? Doch, der ist da schon hingesprungen. Ist jetzt nicht so was Spannendes drin. Aber normalerweise habe ich immer einen Chorus-Kanal und da benutze ich gerne auch mal den UAD der Menschen. Aber nicht alleine, sondern danach kommt noch einer, der dann auf 100% wet gestellt ist. Also das heißt, du sagst schon richtig, der mischt halt das dazu. Entweder direkt rein oder eben im Send irgendwie noch dran denken, dass er das Original mit beinhaltet. Oder einen Raum. Also manchmal mache ich auch den UAD und dann kommt ein Raum zu 100% wet. Also so ein Chorus-Reverb. Dafür benutze ich ihn auch ganz gerne. Für die Leute, die jetzt ein bisschen neidisch sind, weil sie sagen, boah geil, der kann ja in Logic das ganze Ding sortieren. Ich weiß nicht, wie es in einem anderen Programm ist, aber ich weiß, dass das in Cubase und Nuendo auch geht. Ich glaube, da haben sie das auch her. Also gucken sich ja schon gegenseitig über die Schulter, die Hersteller. So, dann Pitch-Effekte. Time-Imaging-Special und so weiter. Das ist für Mike, das neue Mikro hier. Virtuelles Mikrofon, das hat sein extra Folder bekommen, damit ich das nicht immer irgendwo bei UAD suchen muss. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit, ist aber ganz geil, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe Percussion-Sachen aufgenommen, selber dann hier und so räumlich. Ich benutze es gerne Stereo, weil ich sonst, ich habe schon einiges an Mikrofonen, aber noch kein Stereo-Mikrofon. Und das ist schon ganz geil, dass du halt wirklich nur, weil du kannst hinterher ja alles drehen. Also das ist ja dann... Du nimmst das Mono auf und schickst es dann in einen virtualen Raum. Nee. Du nimmst es, also das, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Townsend Sphirma beschäftigt hast. Das heißt, das ist ein sehr komplexes virtuelles Mikrofonsystem, mit dem du zweikanalig aufnimmst. Das heißt, das ist ein Zwei-Diaphragma-Kondenser-Mikrofon, wie üblich. Aber es wird nicht auf dem Weg raus schon gemischt zwischen den beiden, um die verschiedenen, also um von Kugeln bis Acht alles hinzubekommen, das Pattern. Sondern du bekommst alle Daten rüber und er rechnet das hinterher raus. Du kannst also quasi nach der Aufnahme noch deinen Mikrofon-Pattern ändern. Und du kannst das quer drehen und Stereo nutzen. Also du hast dann quasi ein Stereo-Mikrofon und du kannst nachträglich noch den Winkel des Mikrofons verdrehen im Mix. Also du nimmst, du stellst das Ding einfach so davor und wenn du sagst, nee, ich hätte es gerne weiter nach links, dann kannst du so tun, als hättest du es anders aufgenommen. Nicht am Panning drehen oder Balance, sondern du drehst halt wirklich diese Auseinanderrechnung, diese 3D-Auseinanderrechnung, die der da mit den zwei Membranen macht, funktioniert halt in Echtzeit mit einem UAD-Plugin. Sehr schönes Spielzeug, verschiebt sehr viel in den Mix, was gerade wenn die Zeit knapp ist, immer super ist. Weil du nimmst eben schnell was auf und kannst dann hinterher doch noch Dinge ändern. Also gefällt mir sehr gut, gerade für Percussion. Vocals habe ich noch nicht mit aufgenommen. Weißt du, was das ungefähr kostet das Mikrofon? Ja, relativ viel, 1,7 oder so. Okay, ich hätte sogar fast noch mit mehr gerechnet. Ich könnte jetzt googeln, aber das können die Zuschauer natürlich auch. Und das Plugin muss man dafür extra nochmal kaufen? Nein, 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 das ist dabei. Es gibt noch ein zusätzliches Plugin mit weiteren Modellen. Das ist die Oceanway Mic Collection, die ist dann eigentlich auch nur Mono. Aber da sind sie durch Oceanway, ein riesiges, sehr bekanntes, altes Tonstudio. Gegangen und haben alle klassischen Schätzchen dann mal eingemessen. Also dann auch ein Neumann 47er, das müsste ein C12 sein. Neumann 49er und so weiter. Das dürfte ein Sony 800 sein. Und haben den ganzen Kram nochmal extra eingemessen unter Einbindung vom Toningenieur und so weiter und so fort. Also muss man nicht haben. Also du kannst mit dem Ding auch einfach so arbeiten. Sphere Mic, also auf jeden Fall eine Investition, aber ich glaube gerade in einem kleinen Studio, wo man nicht einen ganzen Schrank voller Mikros kaufen will, ist es schon ein cooles Tool, was man auf jeden Fall mal checken sollte. Metering und so weiter, alles nicht so spannend. Und dann habe ich mir noch angewöhnt, bei Logic geht das, du kannst das Ganze ja selber aufbauen, die Kompressoren nochmal anders zu sortieren. Und zwar einmal Kompressoren, die ich gerne auf Drums nutze. Und zwar wirklich auf der, also bei mir laufen die Drums parallel in zwei Busse. Den einen nenne ich Drumbus, den anderen Slam. Und das ist so ein bisschen dieser New York Compression Method oder wie man das auch immer nennt. Also Parallelkompression. Genau. Das heißt, da habe ich das auch nochmal unterteilt. Slam sind Sachen, die in Richtung 1176 gehen und halt wirklich Sachen, die Drums richtig zermatschen. Richtig kaputt machen. Das wird dazu gemischt im Drum-Slam-Bus und im Drum-Ordner eben die Sachen, die schön pumpen, die einfach eine schöne Rhythmik aus dem Signal holen. Also wie ein API 2500 oder SSL-Kompressoren oder ja, diverser Machart. VaryMU Nachmacher von Slate und halt auch von UAD. Die habe ich hier nochmal. Und Main sind eben die, die in meinem Hauptbus, weil die Drums gehen in eine Richtung und alles andere geht halt in einen anderen Bus. Das kommt noch aus Zeiten, wo ich wirklich das analog hatte. Also wo ich dann wirklich alles aus dem, alle Busse nenne, alle Spuren, die nicht Drums waren, liefen in ein Stereo-Geräte-Rack. Und die Drums oder alles Drummige oder zum Teil manchmal auch der Bass, je nachdem wie kräftig er ist, ging halt in diese doppelte Geschichte in den Drum. Und da hatte ich halt dann verschiedene Kompressoren für diese beiden Wege. Und das habe ich quasi dann übernommen, als ich es dann im Rechner nur noch hatte. Weil es dann einfach mal Workflow ist, wo man dann relativ schnell die Sachen gut zueinander pegeln kann. Ja, das wäre mein Folder mit Audio-Bearbeitungs-Plug-Ins. Willst du die Instrumente auch noch sehen? Also was wir jetzt hier schon mal ganz deutlich sehen können, ganz oft kommt ja die Frage auf, welchen E-Failizer nutzt du für Vocals oder welchen Kompressor für Drums. Da wird ja auf der Warte und man sagt, okay, ich nutze dieses eine Tool und dann klingt alles geil. Man kann natürlich auch hier jetzt wunderbar bei dir eine Liste sehen. Meistens gibt es so viele Werkzeuge, mal sagt man, das klingt jetzt für den Sound geiler, für den Drumsound, den ich haben möchte. Oder man probiert einfach mal ein anderes Tool, das sage ich, ich möchte jetzt nicht jedes Mal denselben Kompressor nehmen. Ich nehme mal einen anderen, damit es irgendwie geiler klingt. Oder du fürs Auge wahrscheinlich mehr Abwechslung auch noch mal hast. Also da wird nochmal ganz deutlich, es kippt nicht dieses eine Werkzeug. Nein, weil ich finde, seit ich für Correction den Fab-Filter nehme und dann fürs EQing die Console 1 brauche ich die ganzen Spezialsachen sehr, sehr selten. Also was halt auch ein bisschen blöd ist, weil ich ja gerade auch für die UAD schon relativ viel Geld ausgegeben habe für diese ganzen Spezialsachen, für die APIs. Aber wenn es schnell gehen muss und es soll halt, es geht halt einfach um das Zusammenspiel. Also wenn du eine Klassikaufnahme machst von einem Jazz-Trio oder so, du hast nur drei Spuren, kann es meinetwegen einen Unterschied machen, ob du da diesen oder jenen Tool nimmst. Aber wenn du halt eine größere Produktion hast mit vielen Spuren, wenn du da keine Fehler machst und nicht unbedingt nachträglich noch 24 dB in den Höhen reindrehen musst, tut sich das relativ wenig. Da ist es wichtiger, dass dein Workflow konstant bleibt und du einfach weiterarbeiten kannst und nicht rausgerissen wirst und dir erstmal zehn Minuten Zeit nimmst, um zu überlegen, womit ich jetzt die Höhen reindrehe. Also das wäre jetzt in meinem Fall, würde ich halt gucken, Resonanzen und Low-Cut und so weiter mache ich halt mit dem Fab-Filter, also alles, was raus muss. Und dann schalte ich den DeneQ ein und drehe halt erstmal mit dem SSL-Ding dran rum. Und wenn mir das nicht gefällt, schalte ich den oben auf Neve. Und damit kann ich 90 Prozent aller Probleme lösen, sodass ich weitermachen kann. Und das geht innerhalb von Sekunden und geht schneller, als wenn ich jedes Mal überlegen würde, was ich nehmen würde. Also ich rate den Leuten schon auch, zu viel ist nicht sinnvoll. Vor allem Equalizer hat jetzt immer noch keinen Hit gemacht. Genau. Im Endeffekt kommt es dann nach wie vor immer, na gut, also ich meine, dann brauchst du ja gar nicht von Production zu reden. Wir wollen ja schon eine möglichst gute Qualität liefern, aber der Unterschied zwischen einem sehr guten Digital-EQ und einem färbenden EQ, ja, kommt immer darauf an, was du damit machst. Aber wichtig ist, dass man immer weiterarbeitet und dass man Schrittchen für Schrittchen immer das Projekt verbessert und sich nicht zu sehr in den einzelnen Details verliert. Ausnahme Main Vocals oder so. Wenn du wirklich eine Spur hast, die absolut 80 Prozent des Songs ausmacht, da kannst du dann auch schon mal ein paar Stunden mit verbringen, das ist klar. Aber wenn du dir hier anguckst, wie viele Spuren das dann so sind, ob ich jetzt bei dieser Cello-Spur dieses oder jenes Plugin benutzt habe, wirst du nicht mehr raushören können. Da ist es wichtig, dass es einfach weitergeht. Ich muss sagen, ich liebe den Fair-Filter. Ich hätte nie gedacht, dass ich für einen Equalizer so viel Geld ausgebe, weil ich zuerst dachte, es ist ja nur ein Equalizer. Aber ich fand den Workflow einfach total geil bei den UAD-Geschichten. Ich habe die SSL, den den Bus-Kompressor mal benutzt von Waves und den von der UAD, lustigerweise den von der UAD, der arbeitet irgendwie anders. Der hat einen anderen Pegel und ich habe das Gefühl, dass ich die Regler bei den UAD-Plugins geiler bedienen kann. Dass die irgendwie anders reagieren, was dann bei den SSL-Channel-Strips zum Beispiel unterschiedlich aussieht. Ja, die müssen wir schon gut drehen. Also die Bedienung ist halt einfach, ich meine, dahinter stecken eh nur Algorithmen und so weiter. Die sind hier jetzt natürlich schon ganz schön fortgeschritten. Das ist die, was weiß ich, wievielte Generationen. Ich meine, der Renaissance-Kompressor hat ja auch schon versucht, ein bisschen was davon mit reinzubringen. Aber das Modelling wird immer besser. Aber die Bedienung ist halt wirklich noch wichtiger als der Sound, glaube ich. Weil schlecht klingen die alle inzwischen nicht mehr. Ob du jetzt Slate nimmst oder Waves oder UAD oder schlecht klingt da nichts mehr von. Es gibt irgendeinen Neve-EQ von der UAD, wo man diese zwei Knöpfe in einem hat. Das sind die normalen, das sind die normalen, bitte. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. 10,73, 10 und so weiter. Ja, das ist blöd. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Aber der klingt geil. Der klingt geil. Der klingt geil, aber das ist echt, dass die das umgesetzt haben, das ist so fummelig. Ich meine, man gewöhnt sich dran, wisst ihr. Aber auch, ich meine, das Ding steht auf dem Kopf. Also du hast halt, der Nullpunkt ist unten. Und ja, es war im Original so, aber... In der Hardware super, aber softwaremäßig total wild. Das ist kacke. Nein, in der Hardware auch nicht ganz ideal. Also muss man sich auch dran gewöhnen. Aber naja, das hätten sie ruhig ein bisschen moderner gestalten können. So, du hast auf der linken und rechten Seite von deinem Rechner noch extrem viel Equipment, ganz viele Knöpfe. Was hast du da alles aufgebaut, ganz viele Knöpfe und Tastaturen? Also die linke Seite hier, wo ich auch einen Bildschirm habe, mit dem ich meine ganze Arbeit betrachten kann, ist, um mal vom Computer wegzukommen, zentriert um einen analogen Polyphon Synthesizer, ein modernes, neues Gerät, der Modal 008 oder 008. Das ist ein englischer, relativ neuer, ich glaube, den gibt es seit zwei Jahren, analoger Synthesizer mit acht Stimmen, der einen 12-fach Filter hat, mit dem man extrem viele geile, fette Sounds machen kann. Und den hatte ich mir als Erweiterung von dem Modularsystem gedacht, damit ich halt auch mal Akkorde spielen kann. Dann habe ich mir aber gedacht, ja, das ist ganz geil, ich will aber noch mehr Möglichkeiten haben. Und daraufhin habe ich das hier alles erschaffen. Und im Prinzip ist das alles, hängt in einer Kette, beziehungsweise in zwei Ketten plus diesem kleinen Mischpult hier, an dem einzelnen Synthesizer. Das bedeutet, das alles ist nur dazu da, um den Sound von diesem Gerät noch interessanter gestalten zu können. Das kann ich auch kurz demonstrieren, wenn ich jetzt hier einfach einen einzelnen Sound habe. Wenn ich den jetzt ein bisschen bearbeiten will, dann kann ich mir überlegen, dass ich da vielleicht einen Phaser drauf schalte. Ich habe hier einen kombinierten Filter mit Drive. Hochpass, Bandpass, Lowpass. So, und da merkt man schon. Das ist schön satt und fett. Das geht dann weiter hier in zum Beispiel ein Hallgerät. Und das Schöne ist eben, jedes Gerät hat seinen Platz hier. Und man hat ein Mindmap davon, was man wo einstellen kann. Man muss nicht in irgendwelchen Menüs browsen und mit der Maus rumklicken. Sondern ich weiß ganz genau, ja, ich will ein bisschen Hall haben, Klick, länger, weniger Anteil oder ich will einen kurzen Raum haben. Dann drehe ich jetzt zurück auf Room. So ein bisschen Räumlichkeiten. Also du hast das auch schon alles fest verkabelt, ne? Das ist fest verkabelt. Also das ist nicht ad hoc so entstanden, sondern das war ein Prozess über ein halbes Jahr. Wo ich diese einzelnen kleinen, das sind ja alles Guitar-Pedals. Also das heißt, das sind eigentlich Dinger, die für Gitarristen gemacht sind. Die habe ich halt alle durchprobiert. Nicht alle. Von denen habe ich relativ viele durchprobiert, pro Funktion bestimmt ein halbes Dutzend. Also das heißt, ein halbes Dutzend Echo-Module, ein halbes Dutzend Reverb und so weiter. Und habe dann geguckt, was am besten für meine Begriffe klingt und sich auch gut bedienen lässt. Das heißt, dass die Dinger auch möglichst viele Knöpfe haben. Denn darum geht es ja in dem Fall, dass ich einfach möglichst viel gleichzeitig machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich einen einfachen Monoton habe, der wirklich schnurgerade aus der Mitte kommt, wenn ich das hier relativ gleichmäßig einstelle, der aber fett und satt ist, den kann ich relativ schnell mit analogen Chorus-Geräten zu einem Stereo-Sound machen. Und das ist ja, ich bin auch erzählt, dein Trick ist, du nimmst nicht einfach einen Chorus, sondern du nimmst für links einen anderen Chorus, nicht eine andere Einstellung, sondern glaube ich einen ganz anderen Effekt als für die rechte Seite dann, ne? Genau, also die beiden sind auf der linken Seite, die beiden sind auf der rechten Seite. Das sind auch vom Aufbau her komplett verschiedene. Grundsätzlich, die drei sind analog, das heißt, die haben einmal Kettenschips, die dann zur Modulation benutzen, also zur Verzögerung, die dann modelliert wird und das wird dann dazu gemischt. Die klingen aber ganz anders, also das ist der bekannte TC Chorus. Das ist ein sehr geiler, sehr komplexer Chorus, mit dem man noch ganz viele verschiedene andere Sachen machen kann. Ich kann jetzt auch zum Beispiel nur den Kanal eins, also links und rechts sind jetzt momentan Kanäle eins und zwei. Ich kann auch einfach den zweiten Kanal ausmachen und das in die Mitte schieben. Dann habe ich jetzt nur einen Monosound, aber den kann ich extrem stark beeinflussen. Indem ich hier halt wirklich ganz wilde Spielereien mache oder Echo-Geschichten. Ja, Phaser aus und für mich ist halt wichtig, dass ich möglichst viele ganz unterschiedliche Abmischungen von einem Sound machen kann. Also das heißt, ich will mir überlegen, soll das ein fetter Monosound sein? Soll das ein fetter, hauptsächlich Mono, aber leichten Chorus-Sound sein oder soll er komplett Stereo sein? Und das sind drei verschiedene Wege, die ich hier mit dem Mischpult einstellen kann. Einfach, um alles Optimum hier rauszuholen. Anmischung an Sachen, die man sonst später im Mix erst machen würde. Weil der Vorteil ist, dass du direkt schon ein charaktervolles, gut aufgenommenes Signal hast und beim Mix nicht mehr so viel denken musst. Das ist im Prinzip die Art, wie in den 80er, 90er Jahren große Hits gemacht worden sind. Da war der Gitarrist auch schon mit Effekten ausgestattet und man hat es einfach so geprintet, aufgenommen, wie der Gitarrist den Sound geil fand mit Effekten. Und da wurde nicht hinterher noch überlegt, welchen Hall nehme ich, welches Echo, sondern das war einfach der Sound, zum Beispiel von U2. Da hat der Toningenieur auch nicht hinterher gesagt, nee, das Echo finde ich jetzt blöd, das schmeiße ich jetzt raus, sondern das war der Sound von U2. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert zu sagen, das will ich für Synthesizer haben. Ich will mir hier ein Setup aufbauen, mit dem ich sehr komplexe Verschaltungen machen kann, die aber immer einen bestimmten Charakter haben. Nämlich den Charakter dieses Gerätes hervorgehoben in verschiedenen Arten der tontechnischen Bearbeitung. So zum Beispiel das Gegenteil von dem Mono-Sound jetzt gerade hier, den ich hier gerade hatte, fett und klar, kann ich auch mit ein paar Drehreglern den Stereo-Weg nehmen. Und auf einmal ist der halt breit und pendelt auch im Panorama hin und her, beziehungsweise ich kann zwei Sounds gleichzeitig nehmen. Also ein bisschen laut jetzt, ein bisschen Drive wieder weg. Und das ist jetzt für eine Mischung, wo in den Tiefmitteln wirklich Platz in der Breite ist. Und die Geschwindigkeit, wie ich das jetzt ausprobieren kann, breit, ich drehe den Regler hoch, drehe die beiden wieder zurück. Ups. Mono. Also ich kann ganz viele verschiedene Einstellungen relativ schnell, ohne Menüs, hier einfach einstellen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Mono prinzipiell, aber mit verschiedenen Chorus-Effekten etwas breiter gemacht. Und dann ganz Stereo-Breit. Hört aber auch lauter. Der Mono-Kanal kommt von einer DI-Box in diesen Pre-Amp, geht von dem Pre-Amp durch diese Geräte, geht durch dieses Delay und durch dieses Reverb, wird Stereo logischerweise. Und diese Stereo-Kanäle gehen links und rechts durch diese beiden Geräte. Das heißt also, logischerweise sind die Gitar-Paddle Mono, von da geht es Mono hier durch. Hier wird Stereo daraus gemacht, aber das Stereo liegt an den Kanälen 1 und 2 an. Das heißt, ich kann mir einfach nur den linken Kanal nehmen und den in die Mitte drehen und habe mein Mono-Signal mit dem einzigen Nachteil, dass die beiden Geräte nicht auf dem Signal landen. Aber alles andere in Mono liegt drauf. Und ich kann zum Beispiel auch den Stereo-Kanal dazumischen. Also wenn ich den Kanal ein bisschen lauter mache hier. Dann hast du Mono-Plus-Stereo. Dann habe ich Mono-Plus-Stereo, was im Zweifel dann noch anders klingt. Ah, hier war die ganze Zeit ein Low-Cut drin. Ist natürlich ein bisschen geschummelt, weil eigentlich geht das Signal auch noch durch die beiden und dann hinterher vom Mischpult durch die beiden auch noch zurück in den. Also sehr viele Knöpfe, um bestimmte Bedienungen zu machen. Ich kann dann hier zum Beispiel sagen Low-Cut. Um den Summs unten rauszunehmen. Ich kann direkt die Mitten betonen. Oder genau das da, was mich gerade stört. Rausdrehen. Die höchsten Höhen filter ich meist bei solchen Synthesizer-Sounds. Das ist für Percussions und Vocal-Hiss und so weiter oder Violinenstrich reserviert, die höchsten Höhen. Und das ist noch ein Verzerrer. Der zudem in MS-Konfiguration noch ganz andere Sachen machen kann. Also es ist halt ein sehr komplexes Setup, um Sounds aus diesem Gerät, die an sich schon sehr vielfältig sind, noch vielfältiger, wie ein Toningenieur bearbeiten zu können, ohne auf den Bildschirm gucken zu müssen. Sondern nur mit Hands-on analogen Geräten, digitalen Geräten, aber vielen Knöpfen und handselektierten Funktionen, Modulen und so weiter. Was ist denn dein Grund, jetzt genau diesen Synthesizer zu nehmen und nicht den Prophet zum Beispiel? Na ja, da habe ich Probe gehört. Und den gibt es ja noch nicht so lange, als der relativ neu war. Stand im Music Store in Köln ein Exemplar. Und da habe ich dann AB verglichen. Da bin ich dann mit einem guten Kopfhörer, mit meinem Kopfhörer, also einem Kopfhörer, den ich kannte, immer hin und her gewechselt zwei Stunden lang zwischen dem Prophet 6 und dem Modul 008. Und muss einfach sagen, der hat einfach viel mehr Charakter als der Prophet 6. Der Prophet 6 ist ein super geiler Bread and Butter Synthesizer und man kann viele Sachen damit machen. Vor allem natürlich auch 80's Soundtrack, die zurzeit gerade sehr angesagt sind, spätestens seit Stranger Things. Ich meine, dass relativ viel vom Stranger Things Soundtrack von dem Prophet 6 gemacht worden ist. Aber das ist nicht meine Baustelle. Also das heißt, diese eher cleanen Klänge finde ich nicht so spannend. Die kann man auch mit guten Plugins wie Diva oder aus Omnisphere locken. Aber das Ding macht halt auch Krach, wenn man es lässt. Ich habe ja schon einen sehr krachigen... Da ist richtig Leben drin. Ich kann den Filter auch in Drive schicken. Ich habe zwölf verschiedene Filter-Modes. Den Hal. Bisschen weicher reinkommen lassen. Also das klingt für mich halt schon nach einem Instrument. Nicht mehr mit einem Synthesizer, mit einem Computer, mit einer Tastatur dran, sondern da ist irgendwie Leben drin. Das ist inspirierend. Also für mich ist es die Inspirationsmaschine. Man kann halt auch Bread-and-Butter-Sounds damit machen. Wenn man will. Aber das finde ich halt nicht so spannend. Spannender sind dann die krachigen Sounds. Auch sehr schön ist den Phaser hier übersteuern. Also das heißt, dann drehe ich die Stereo-Sachen wieder raus. Gehe wieder über die Kanäle 1 und 2. Dann den hier wieder drin. High-Cut. Drive und Phaser. Das klingt für mich schon böse. Inspirieren für geile Sachen halt irgendwie. Coole Filme oder was auch immer. Also das ist quasi meine Art, mir wieder ein Instrument an die Finger zu legen, nachdem ich viel zu viel am Bildschirm mit der Maus geklickt habe. Cool. Danke. Gerne.